Ich habe sehr viel gelesen, was wirklich sehr gut ist. Es waren natürlich auch Debüts, aber auch ältere Autoren, zum Beispiel Norbert Strahin. Seine Literatur Liebe, ich habe zum Beispiel jetzt auch den neuen Roman von Nino Ratashvili, Mein sanfter Zwilling, das ist unglaublich gut. Und auch Alice Ghani, sie kommt jetzt hoffentlich bei Sokampra. Es gab in diesem Sammeldebüt das schönste Kultur der Welt. Und ich habe das auf Großsicht dann auch noch gelesen, das ist unglaublich gut. Und Alice gibt so viel Gutes auch gerade. Oder auch Sebastian Pohlmanns Junge, Ranzukamp-Debüt, das ist so gut.